hallo zusammen ich melde mich zurück ich habe ende mai und anfang juni ein bisschen was erledigt ich habe nicht immer die kamera dabei gehabt aber ein paar videoaufnahmen sind zusammengekommen und die möchte ich euch jetzt in diesem video präsentieren es ist dann dementsprechend nicht ganz aktuell sondern liegt ein paar tage zurück und ich bemühe mich dass ich im juni direkt noch ein zweites video raushaue mit aktuellen aufnahmen und dann kann man direkt mal den vergleich sehen wie sich alles so entwickelt hat vorab ich bin gut zufrieden mit dem garten im großen staudenbeet war es einfach dringend zeit dass ich da ein paar von den lupinen gräsern und vom giersch rausnehmen es hat sich alles wild ausgesät da und ja ich wollte den geplanten kulturen und stauden da einfach ein bisschen freiraum geben ich habe da eine ganz gute methode gefunden mein opa da hatte noch so einen alten mini stuhl übrig da habe ich mich dann drauf gesetzt und schön entspannt im sitzen und kraut gezogen der strohhut hat mir guten schutz vor der sonne beschert und ja das war beinahe schon meditativ die arbeit die ich da verrichtet habe weil es einfach wirklich entspannt war nicht die ganze zeit knien oder lücken und das kann man so wieder machen also das würde ich empfehlen und das werde ich persönlich wahrscheinlich auch an den stellen muss möglich ist werde ich das so weitermachen das ergebnis ist für mich zufriedenstellend das ist jetzt nicht perfekt aufgeräumt hier und da guckt immer noch was raus aber eine gewisse wildheit ist in meinen beeten auch erwünscht also auch ein gil schlaß ich gerne mal blühen auch wenn viele sagen das wird man nie wieder los ich werde wahrscheinlich auch nie los aber ich möchte es auch nicht ganz los sein ich möchte es nur tatsächlich ein bisschen kontrollieren weil es sonst einfach alles andere niedermachen würde oder unterdrücken würde so ist es gut rechts die physalis tropicanica und links die bärsticke auch beide sehr gut am wachsen auch die thai beeren sollten bald erntereif sein kreuzung aus himbeere und brombeere die erbsen blühen bereits der mini teich macht sich am neuen platz ganz gut denke ich im kleinen staudenbeet läuft auch alles wie soll die bohnen wachsen die traube auch zu den topf kulturen gibt es aktuell nicht so viel zu sagen macht sich alles ganz gut der ananas salbei der riecht sehr gut in dem kleinen mini hochbeet von meinem sohn die tomaten gedeihen auch prächtig und die erdbeeren in den töpfen naja es geht ein paar konnte man ernten aber es ist nicht das meiste was man hier sieht bedarf nicht vieler worte ist einfach schön zuzusehen und das ist ja eigentlich direkt darunter ist ja eigentlich der grillplatz den haben wir extra die paar male wo wir ihn benutzt haben woanders aufgebaut damit die sich da nicht gestört fühlen im indianerbeet sind kürbis mais und die bohnen langsam aber sicher gewachsen und auch die sonnenblumen die paar tomaten und tomatios und physalis kommen nach und nach so ein bisschen lediglich der tabak hat mir sorgen gemacht da ist nicht viel passiert teilweise ist das mulichmaterial auf die blätter geflogen und hat nicht wirklich wachstum beobachten können aber jetzt so langsam geht's los rechts die tomatio amarilla wächst sehr gut und daneben die blätter die sehen echt außerirdisch aus wachsen auch hervorragend bisher schon handgroß und das ist tomatenbeet dieses jahr hier die pepino wächst auch gut genau wie bersticke die schon blüten und früchte ansetzt also eine physalis sorte und ja da haben wir die artischocken da habe ich zwar eingekauft weil meine vorgezogenen scheinbar kaputt gegangen sind aber die hier in der mitte dies auf einmal wieder ausgetrieben das heißt eine eigene und zwei gekaufte ich auch sehr auf die blüten gespannt wenn es denn dazu kommt ansonsten in diesen naturbeten mit der naturumrandung kommt so langsam hier und da eine blüte durch daran ein bisschen kamille aber da muss wieder viel gras und beikraut entfernt werden am erdbeerturm gibt sicher noch handlungsbedarf der trocknet immer sofort aus auch mit den ojas das ist nicht optimal das sieht man an der mickrigen erdbeerernte und die sonnenblumen die wachsen prächtig diese hibiscus rosella wachsen nicht so toll aber der rhabarber der wächst richtig gut die kartoffeln wachsen ich könnte eigentlich bei fast jeder pflanze sagen dass es wächst oder dass sie wächst die tomaten der kohlrabi und alles da die tomaten von meinem sohn darum noch mehr tomaten der kirschbaum die süßkirsche hat wieder läuse hängt wenig dran ist aber nicht schlimm die wassermelone wild aufgegangene tomaten kommen jetzt überall durch und was die physales schönbrunner gold und davor die ananas kirchen angeht da bin ich zufrieden die kommen jetzt richtig durch langsam die neuen blätter sind saftig grün da der brokkoli salat ernte ich immer unheimlich viel machen wir gerne sandwiches mit viel viel salat ein bisschen juli tomaten muss ich leider noch kaufen dafür die erbsen wachsen gut die bohnen ranken und er das paprika beet ist ein trauerspiel das sieht alles ein bisschen zerstört aus aber ich hoffe dass da noch ein bisschen was passiert dass man da vielleicht ein bisschen kann dies jahr überall stolpert man über anzuchten auch im gewächshaus habe ich noch ein paar und ansonsten den tomaten vor dem gewächshaus wie auch im gewächshaus richtig wachsen 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 in dem kompost den ich ins hochbeet eingetragen habe müssen wohl mehrere nashornkäfer geschlüpft sein und die kamen dann natürlich nicht raus beziehungsweise haben es versucht und sich dann vollkommen im gemüseschutznetz verfangen die habe ich dann alle daraus schneiden müssen und die fäden lösen müssen das war eine ganz schöne friemelei und da ich nicht wusste wie viele noch nachkommen ich glaube fünf oder sechs habe ich gerettet habe ich dann nicht entschlossen das netz abzubauen weil also käfer da schlägt mein herz ja sowieso für und da will ich nicht dass irgendein tierchen sich in meinen netzen verfängt da hatte ich ja schon mal probleme mit mit dem igel vorletztes jahr der sich in seinem großen bären netz verfangen hat deswegen verzichte ich auf die bereits jetzt schade dass ich auch daran leider tiere verfangen können da weiß ich noch nicht wie ich das nächstes jahr angehen auf jeden fall habe ich meine schuldigkeit getan und die tiere befreit auch dieses jahr durch die tiere befreit ich wieder Rosenkäfer beobachten. Auch in meinem eigenen Garten konnte ich welche sehen und wie fast jedes Jahr in den gelben Rosen direkt am Eingangsbereich unserer Kleingartenanlage. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Also ob die Wurmkiste gut läuft oder nicht, kann ich irgendwie noch gar nicht genau sagen, aber wie man sieht, den Würmern scheint es gut zu gehen. Also die Erde ist immer leicht feucht und es ist viel getummelt in dem Kasten. Danke fürs Zusehen und es wird im Juni noch ein zweites Video mit einem Update geben. Ciao! Vielen Dank!